Hallo und herzlich willkommen zu BEAT. Wir befinden uns in Folge 4. Ist es die vierte oder ist es die vierte? Ich bin Jannis Niewener und herzlich willkommen zu Folge 2. Ah, hier passiert gerade, ich hab's selbst vergessen. Worum geht's eigentlich genau? Wir drehen die Szenen und sind dann irgendwann fertig. So, was hab ich gesagt? Ich hatte doch ne Antwort, oder? Ich hab sie vergessen. Episode 5. Moin, mein Name ist Kostja Ulmer. Mein Name ist Teglar Röthen. Ich bin Karo Lübeck. Ich bin Svenja Jung. Ich bin der Ludwig Simon. Ich bin Anno Koffler. Ich bin Anna Bederken. Ich bin Karoline Herford. Ich spiele die Rolle Janik. Mein Sonströmen. Ich spiele die Rolle Lina. Paul Hoffmann. Ich spiele Emilia. Lünastrauten. Ich spiele die Nani. Und ich spiele Jasper in der neuen Serie BEAT. 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 Mit BEAT. Unbedingt einschalten. Einschalten. Guckt sie euch an, wird cool.